Das Exyn 7 von ZTE ist ein Top-Smartphone, das mit 450 Euro weitaus weniger als vergleichbare Konkurrenzgeräte kostet. Mit seinem Aluminiumgehäuse, dem schnellen Prozessor und dem hochauflösenden Display ist das Gerät hochwertig ausgestattet. Die Kamera hat 20 Megapixel, die Kamera-App ist übersichtlich und bietet einen manuellen Modus. Hier können zahlreiche Parameter eingestellt werden. Das Smartphone ist sehr gut verarbeitet und liegt angenehm in der Hand. Ausgeliefert wird es mit dem Betriebssystem Android 6.0.1 und einer eigenen Benutzeroberfläche. Die läuft flüssig und ist verglichen mit herkömmlichem Android etwas bunt. Das Exyn 7 kostet 450 Euro und kann auf Amazon vorbestellt werden. Wer für ein Top-Smartphone nicht viel Geld ausgeben will, sollte sich ZTE Smartphone unbedingt anschauen.